Liebe Thüringerinnen und Thüringer, hier im Parlament sitzen gewählte Abgeordnete, die die Interessen der Bürger in Thüringen vertreten. Sie diskutieren über aktuell politische Themen, wählen die Regierung und entscheiden damit über die Geschicke unseres Freistaates. Am 27. Oktober werden wir in Thüringen ein neues Parlament wählen. Gehen Sie zur Wahl und seien Sie wählerisch. Informieren Sie sich über die Programme der Parteien und prüfen Sie, wer Ihre Interessen berücksichtigt. Viele von Ihnen werden sicherlich unsere Wahlkampagne Demokratie – Gute Idee bemerkt haben, mit der wir in ganz Thüringen unterwegs sind. Für einige Thüringerinnen und Thüringer wird es das erste Mal sein, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. Sie können zum ersten Mal mitentscheiden, wer für Sie die Stimme in diesem Hohen Hause erheben darf. Und dazu möchte ich Sie ausdrücklich ermuntern. Liebe Thüringerinnen und Thüringer, ob nun im Wahllokal, per Briefwahl, machen Sie am 27. Oktober deutlich, dass Sie die politische Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten wollen. Fragen Sie nach, wie die Parteien Ihre Ziele in unserer Heimat umsetzen wollen. Geben Sie am 27. Oktober unserer Demokratie und unserer freien Gesellschaft Ihre Stimme. Gehen Sie wählen. Für Thüringen.